Auf gar keinen Fall! Doch, ich greife ihn an! Du weißt, dass du ihm vielleicht nur einen einzigen Schadenspunkt machst? Das ist mir egal. Ich habe den Nachteil impulsiv und er hat mich ein Gnom genannt. Aber du bist ein Gnom! Ich bin ein Elf. Halt nur etwas delikat proportioniert. Bitte sehr. Würfle deinen Nahkampf-Skill. Ha! Erfolg! Ich verpasse ihm eine in die Nieren-Gegend. Der Troll schlürft an seinem Krug und schaut nicht einmal zu dir herab. Nochmal! Juck den nicht. Ich mache so lange weiter, bis er sich entschuldigt. Als du ihm einige Schadenspunkte verpasst hast, brüllt er, jetzt reicht's mir aber und steht auf. Ich boxe ihm in den Schritt. Höher kommst du auch gar nicht. Angesagtes Ziel. Vier Würfel weniger. Eines Sechs. Nochmal würfeln. Sechs. Wieder Sechs. Fünf. Gratuliere. Er ist bei tödlichem Schaden und wird ohnmächtig. Ich klettere auf ihn drauf und rufe in die Bar. Ich bin ein Elf. Ihr Säcke. Einige Gäste machen Fotos. Steigere deinen Straßenruf um eins. Mein Charakter wird sich ein Wams nähen lassen mit der Aufschrift Ein Troll mit bloßen Händen. Ich bin ein Rgroentes. Meinen. thing ja. Ich bin ein. Bis zum nächsten Mal.